Darf ein Betriebsratsvorsitzender dauerhaft in eine elektronische Personalakte Einsicht nehmen? Wenn du das wissen willst, bleib dran! Hallo und herzlich willkommen. Ja, das ist ein ganz spannendes Thema, elektronische Personalakte. Viele haben ihre Befürchtungen. Wir haben hier einen ganz aktuellen Fall aus Düsseldorf. Das Landesarbeitsgericht hat entschieden über folgenden Fall. Ein Unternehmen der Telekommunikationsbranche hat mit einem Gesamtbetriebsrat eine Gesamtbetriebsvereinbarung über die Einführung einer elektronischen Personalakte geführt. Unter anderem stand dort drin, dass dauerhaft der Betriebsratsvorsitzende in den Einzelbetrieben und der Gesamtbetriebsratsvorsitzende auf diese elektronischen Personalakten Zugriff nehmen konnte. Und zwar dauerhaft. Als es dann tatsächlich passieren sollte, hat der Arbeitgeber dies blockiert und der Betriebsrat ist vor das Arbeitsgericht gegangen. Leider ohne Erfolg. Das Landesarbeitsgericht hat gesagt, eine dauerhafte Einsichtnahme in die Personalakte ist nur möglich, wenn die betroffenen Arbeitnehmer zustimmen. Ansonsten widerspricht dies dem Persönlichkeitsrecht und darüber hinaus sei ein solches weitreichendes Einsichtsrecht weder geeignet noch erforderlich. Insofern hat der Gesamtbetriebsratsvorsitzende hier das Nachsehen gehabt. Diese und andere Fragen müssen Betriebsräte wissen. Insofern nutzt euren Schulungsanspruch. Ich empfehle euch in diesem Zusammenhang das Seminar Datenschutz und Arbeitnehmerüberwachung Teil 1. In diesem wird unter anderem auch die elektronische Personalakte besprochen. Mein Name ist Ansgar Dittmar, Fachanwalt für Arbeitsrecht aus Frankfurt. Und ich freue mich, euch bei einem der nächsten Präsenzseminare zu begrüßen. Und ich freue mich, euch bei einem der nächsten Präsenzseminare zu begrüßen.